Dieser eine Moment Plötzlich ist er da, dieser eine Moment, der alles verändert. Dieser eine Moment, der dich die gleiche Welt mit völlig anderen Augen sehen lässt, der dir klar macht, dass all dein Dasein bis jetzt, lediglich zwischen den auferlegten Ängsten, Sorgen, Zweifeln und dem aufgeladenen Ballast, Müll und Schablonendenken in deinem konditionierten Kopfkino stattgefunden hat. Dieser eine Moment, der dir bewusst macht, dass du viel zu lange gewartet und permanent im Außen nach dem Ankommen, dem großen Glück, der Vollkommenheit gesucht hast, dass du dich um des lieben Friedens Willens immer nur gebeugt und fremdbestimmen lassen hast, dass du dich immer wieder selbst für falsche Werte ignoriert, verraten und belogen hast, dass du das gleiche Verhalten in deinem geblendeten Verstand von deinen Mitmenschen eingefordert, sogar erwartet hast, in dem Glauben an eine heile Welt, dieser eine Moment, der dir die ernüchternde Erkenntnis bringt, dass all das, woran du jemals geglaubt hast und worauf du jemals gebaut hast, plötzlich nichtig und dennoch so kostbar ist, sonst wärst du jetzt nicht hier, in genau diesem einen Moment. Dieser eine Moment, der dich zur wichtigsten Entscheidung zwingt, der dich vom Denken ins Fühlen bringt, der dich vom Statisten einer sich ständig wiederholenden Seifenoper, zum Regisseur deines Films aller Filme werden lässt. Dieser eine Moment, der dich auffordert, alles loszulassen, jetzt, der dich ins kalte Wasser schubst und dich mit dem kosmischen Fluss des Lebens fließen lässt. Dieser eine Moment, der dich erkennen und erwachen lässt, der dich vertrauen und mit dem Herzen sehen lässt, der dich größer, mutiger und stärker macht, der sich richtig, sonderbar und einzigartig anfühlt, der dich mit tiefer Dankbarkeit und innerem Frieden erfüllt, der dich unendlich sein lässt. Dieser eine Moment, in dem du voller Datendrang und Neugier zu dir selbst sagst, ich gehe jetzt endlich leben. Kommst du mit?